Den besten Kreativmonitor für Foto- und Videobearbeitung finden. Ausgezeichnet, dass du eingeschaltet hast, ich zeige dir heute mal den Asus ProArt 278. Ein sehr, sehr cooler Monitor von Asus für Kreative mit sogar einem IPS-Panel. Und was kannst du beim Monitorkauf unbedingt beachten? Ja, es gibt natürlich, wie du hier in der Seitenkarte siehst, ganz viele verschiedene Größen. 24 Zoll habe ich jetzt mal außen vorgelassen. Denn 27 Zoll, da hat man schon mehr Platz. Das wäre jetzt hier, da habt ihr immer die WQHD-Auflösung oder auch 4K-Auflösung. Eine Stufe größer dann, was ich hier mal schon ein bisschen sehr groß finde, sind die 32 Zoller. Die kommen in der 4K-Auflösung. Und dann gibt es noch oben hier, wie ihr seht, diese Sondergrößen. Also Ultra Wide im 21 zu 9 und dann das Super Wide im sogar 32 zu 9. Da ist es dann, als ob ihr zwei Monitore nebeneinander habt. Das ist hier jetzt ein ganz normaler, grundsolider 27 Zoller in der WQHD-Auflösung. Zweiter wichtiger Punkt, könnt ihr auch unbedingt beachten, sind die Anschlussmöglichkeiten. Dieser Asus Pro 8 Monitor hat jetzt vier Anschlüsse, wie ihr hier sehen könnt. Einmal DVI, dann HDMI, DisplayPort und sogar praktisch für Apple-Nutzer ein Mini-DisplayPort. Falls ihr noch gewisse Apple-Geräte habt, die ihr schon länger besitzt, dann könnte dieser Monitor auch für euch sehr, sehr cool sein. So, wir sind jetzt mal zum Auspack- und Aufbauteil gesprungen. Und wie ihr hier sehen könnt, dieses Display wird auch wirklich vermarktet. Ich zoome mal hier für euch so ein bisschen rein, genau für farbgenaue Anwendung. Also es hat hier einmal so eine Kalibrierung, die sehr genau sein soll ab Werk. Und wie gesagt, halt auch immer ein IPS-Paneel. So, und das aus dem Karton zu nehmen, ist ja normalerweise auch eine ganz leichte Sache. Ich zeige euch jetzt einfach mal noch schnell den Aufbau und Standfuß. Und ich würde einfach mal sagen, anschlusstechnisch, dass ich hier HDMI benutze. HDMI-Kabel ist dabei. Dann haben wir einmal hier DisplayPort zu Mini-DisplayPort. Mini-DisplayPort, soweit ich das weiß, ist eher so bei älteren Mac-Geräten. Also jetzt vielleicht nicht für den neuesten Mac-Rechner. Aber wir werden es auch mal mit dem Apple M1 zum Beispiel hier testen. So, um jetzt den Monitor aufzubauen, empfehle ich euch, macht ihr mal schnell euren Schreibtisch frei. Nehmt euch eine weiche Unterlage, breitet das hier auf den Tisch aus, nehmt den Monitor vorsichtig auf den Karton und legt es ab. Denn wir drehen das Ganze jetzt mal um, machen die Folie hier von dem Standfuß ab. Denn da kommt jetzt diese Bodenplatte ran. Ihr seht, das wird auch hier dann gut verankert. Einmal hier vorsichtig einsetzen. Und dann könnt ihr es von Hand vor arretieren. Schnell noch einen Schraubenzieher genommen und dann immer schön festziehen, damit es auch gut sitzt. Denn so ein Monitor hat natürlich auch ein Gewicht. Dann können wir den Fuß wieder beiseite drehen und das Ganze vorsichtig aufrichten. Geht auch ganz einfach. Den Rest vom Verpackungsmaterial noch ab. Folie abziehen und wir sind soweit startklar und können den Asus ProArt benutzen. Ausgezeichnet. Dann schauen wir uns das Asus ProArt PA278QV mal hier ein bisschen von der Nähe an. Wie gesagt, ein schickes Display mit super Farben für zum Beispiel Foto- und Videobearbeitung. Und eine wichtige Sache, die ihr natürlich immer beachten könnt beim Monitor-Kauf, sind wie gesagt die verschiedenen Größen. Blende ich euch auch hier unten nochmal ein. Wir haben jetzt hier ein ganz klassisches 16 zu 9 Bildformat. Ein 16 zu 9 Bildformat. Und bei diesem Bildformat kann ich ganz klar sagen, dass das mit eins der beliebtesten Bildformate ist. Es gibt natürlich noch größere 32 Zoll. Da aber sage ich ganz klar, 27 Zoll ist schon eine gute Größe. Wenn ihr jetzt noch größer nehmt, dann ist es wirklich eine sehr, sehr große Arbeitsoberfläche. Und interessant können auch noch sein Sondergrößen, also Seitenverhältnisse wie zum Beispiel 21 zu 9. Da habe ich auch letztlich so einen krassen LG-Monitor gemacht. Blende ich euch hier mal ein. Findet ihr auch, wie gesagt, oben in der Seitenkarte. Und als dritter wichtiger Punkt, auch immer ganz wichtig, die sogenannten Paneltypen. Hier bei dem Asus ProArt gefällt mir sehr gut. Und es ist auch für so Fotobearbeitungsmonitore oder Monitore mit guten Farben sehr oft so. Diese sogenannten IPS-Paneele seht ihr hier ganz unten. IPS-Paneele ist jetzt ein Asus ProArt, hat ja IPS-Paneele. Und viele von den Asus haben auch IPS-Paneele. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel von so einem Standard-Seitenverhältnis wie 16 zu 9 abweichen würdet und ihr würdet ein größeres Seitenverhältnis nehmen, krasses Beispiel sind immer so eine Ultra-Gaming-Monitore. Kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Denn es gibt nämlich auch zum Beispiel hier solche 32 zu 9. Die sind dann im Prinzip genauso groß, als hättet ihr genau zwei solche 27 Zoller nebeneinander. Aber die Sache ist, bei diesen Sonderformaten hat halt nicht jeder Monitor ein IPS-Paneele. Und da solltet ihr wirklich darauf achten, wenn ihr vor einen Monitor holt, wenn ihr Farbgenauigkeit haben wollt und vor allem auch eine Blickwinkelstabilität, sag ich mal, ihr bearbeitet das und habt noch eine zweite Person und wollt ihr das dann zeigen, dann sitzt ihr natürlich nicht genau gerade davor, sondern schaut so ein bisschen von der Seite. Und habt ihr bei IPS-Paneele meiner Meinung nach normalerweise eine bessere Farben- und bessere Blickwinkelstabilität. So, und der Asus hat natürlich auch noch ein ganz cooles Feature, wo man dann normalerweise gar nicht dran denken würde. Und das sind diese Tasten hier unten, mit denen ihr schnell wirklich überall hinkommt. Und zum Beispiel könnt ihr hier die Helligkeit steuern. Der Asus ist hier wirklich sehr, sehr hell. Also wie ihr seht, ich bin hier bei 30 Prozent und könnte noch deutlich höher gehen. Aber 30 Prozent reicht mir jetzt auch bei dieser Raumhelligkeit völlig aus. Also ein Bildschirm, an dem ich jetzt eine Weile gearbeitet habe, wo ich auch sagen kann, die Farben sind extrem knackig und die Helligkeit ist auch wirklich sehr, sehr hoch. Und des Weiteren hatte ich ja eingangs auch erwähnt, die Anschlüsse, die an dem Monitor dran sind, natürlich auch immer ganz wichtig zu berücksichtigen. Ihr seht jetzt hier den Asus ProArt mit einem Mac Mini M1 verbunden. Der neue Apple Mac Mini, der rausgekommen ist. Sehr cooler Rechner, muss ich sagen. Der Mac Mini, dazu hatte ich auch ein extra Video gemacht auf meinem Kanal. Also falls ihr das, sag ich mal, fürs Homeoffice benutzen wollt, sag ich mal, ihr macht Webdesign oder irgendwelche anderen Sachen, irgendwas, wo ihr mit grafischen Elementen arbeitet, dann sind natürlich solche Mac Minis sehr, sehr geil. Gerade in Kombination mit so einem schicken Display. Und Anschlüsse hatte der Asus hier auch ganz coole hinten dran. Sehr gut, wir haben uns jetzt hier mal den Asus ProArt angeschaut. Ein sehr schicker Monitor mit hoher Farbgenauigkeit und einem IPS-Panel von der Firma Asus. Und ja, wie ihr gesehen habt in dem Video, ich habe euch mal allgemein die Dinge aufgezählt, die am wichtigsten sind, wenn ihr einen Monitor kaufen wollt. Und zwar die Größe, das Seitenverhältnis, die Auflösung, den Paneltyp und auch die Eingänge und ein paar andere wichtige Funktionalitäten, wie zum Beispiel, hatte ich euch ja auch gesagt, was mir hier bei dem Asus sehr gut gefallen hat, ist die direkte Monitorsteuerung vorne, wo man da mit den Knöpfen das sehr leicht navigieren könnte. Ist auch nicht bei jedem Monitor der Fall. Und auch eine Besonderheit, ich habe mal hier getestet für euch den Asus ProArt. Speziell mit dem neuen Apple Mac Mini hat auch sehr gut funktioniert, weil Zuschauer immer mal wieder gefragt hatten, welcher Monitor für den neuen Mac Mini gut funktioniert. Und ich habe jetzt hier mal einen exemplarisch getestet und seht ihr, das war tadellos. Der Asus ProArt hat hier auch sehr, sehr schöne, knackige Farben gemacht. Und ich fand auch, dass die Helligkeitsregelung hier sehr, der Monitor auch eine sehr gute Helligkeit hatte. Wenn ihr zum Beispiel in Räumen arbeitet mit wechselnden Lichtbedingungen, also es fällt viel Licht in den Raum, dann hat er hier auch, was die Helligkeit angeht, viel Raum nach oben. Und eine kleine Besonderheit war auch noch hier, dass neben den Standardeingängen, DVI, HDMI und Displayport, hier an dem Asus ProArt sogar noch ein Mini-Displayport dabei war. Da hatte ich euch auch gezeigt, ältere Mac-Geräte bzw. Mac-Grafikkarten, zum Beispiel hier aus meinem Mac Pro, die haben auch so ein Mini-Displayport. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Und weil du dir gerade den Monitor-Review angeschaut hast, kann dich auch einen Vergleich zu anderen Geräten interessieren, wie ja zum Beispiel die beiden ESO-Monitore, die ich auch vor kurzem getestet habe. Die sind sehr beliebt bei Grafikern oder auch ganz normal Büroanwendungen. Wirklich sehr schön verarbeitete Geräte und viele Menschen haben den Kanal schon abonniert, weil ich hier diese nützlichen Videos für euch bereitstelle. Du kannst jetzt auch abonnieren. Ich sehe dich im nächsten Video und vielleicht sogar als Abonnent.